So, auch hier wieder ein kleiner Fitnesstipp für euch, liebe Fitnessfreunde. Es geht um eure Bauchmuskeln. Wenn ihr die wirklich mal sehen wollt, dann zählt jede Kleinigkeit. Je mehr ihr abgenommen habt, desto schwieriger wird es natürlich ein bisschen mehr immer wieder abzunehmen. Gerade hier auch um den Bauchgürtel herum. Und deswegen mein Tipp an euch, stellt euch euch mal vor, mit jedem Schluck Wasser trinken. Wasser, nicht Bier oder Wein, sondern Wasser. Wasser trinken. Denn nehmt ihr ein Stückchen ab, schwemmt ihr etwas von dem, was ihr nicht mehr braucht, aus dem Körper heraus. Stellt es euch einmal bildlich vor, ihr trinkt ganz bewusst, nicht irgendwie nebenbei. Sondern jeden Schluck, den ihr zu euch nehmt, nehmt, der geht in den Körper hinein, verteilt sich dort. Und nehmt all das, was ihr nicht mehr braucht, mit aus dem Körper heraus oder hinaus, was dann später aus der Blase rauskommt. Und glaubt mir, je bewusster ihr werdet, desto besser ist das für eure Gesundheit, für eure Aufmerksamkeit, natürlich auch für euer Aufmerksamkeitstraining. Und der Körper folgt diesem Bild. Ihr habt solche Kraft mit euren Gedanken. Gerade, wenn ihr die ganz bewusst einsetzt. Also nutzt das doch, habt Spaß dabei und los geht's. Ich freue mich drauf auf eure Kommentare. Schreibt mir doch mal, wie ihr das so hinkriegt. Bis dann. Ciao und Tschüss. Ciao.